recht herzlich willkommen zur 151 folge von city skylines ja letzt mal mal aufgeräumt hier und das spiel wieder laufen und zwar felder technisch hier so jetzt muss ich wieder erst gucken dass ich hier basd als steuerung nehme bei anderen spielen ist es halt anders und ja wir haben hier so einen schicken kleinen blauen balken zum beispiel jetzt kleinen grünen aber irgendwie wachsen die noch nicht und ich bin noch dabei und sag mal da muss noch was weniger werden damit das passt oder wir sind noch ein paar zwischen ich würde ganz gerne mal sehen dass zum balken mal mehr wert da sind ja auch ein paar felder jetzt bleibt immer grün aber geht auch wieder weg hier sind überall häuser drauf da ist eins müssten wir weiter durchgucken mal einfach so zum beispiel da ist auch noch eins hier ist nur eins irgendwann müssen die ja mal größer werden diese felder 173 wachsen 46.000 haben war ja heute da war er wo noch was da so da ist auch noch eins ja 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 den wollen wir lassen hier noch etwas da ist noch eins da auch noch grün und blau flackern immer auf grün bleibt jetzt auch mal oder war jetzt auch jetzt haben wir es wohl so weit geschafft dass der grüne balken immer da ist ja nicht immer aber immer öfter das auch noch weg so grüne balken würde natürlich auch so was hier das muss auch weg die großen hier zwischen so ok sind sie überall passend da kann noch eins weg und dann möchte niemand kommen aber sie noch 212 plus angezeigt also da ist schon was möglich noch hier da 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 so ein kleines flächlein das machen aber weg so die blauen flächen sind ja auch noch da die sind auch weiß ich nicht wo die zu zählen ob wir zu den blauen flächen zählen ich glaube schon es ist wieder grün kurz auch am flackern hier sind auch noch welche so hier haben wir dann 46 5 316 steht da jetzt müssen wir eigentlich erstmal gucken wo das war hier mit unserem häuslein da ist gerade gestiegen die reihe hier sind noch ganz viele flächen direkt machen kann in stadt mäßig hier war das neuer oder ja ok so jetzt alles gut grün ist wieder vielleicht flackern und wir hier rüber ne tut sich noch nix wie sieht es denn hier so aus mit der hier war das irgendwo bauen wollten hier ist der übergang ja ok da ist da was das ist leerstehend aber da fließt der strom ja trotzdem dann es verbunden bleibt wunderbar hier geht es nicht voran und hier hat man angelegt alles in grün gemacht aber da passiert nix und woran liegt es keine ahnung und hier hatten wir auch noch was ne oder ich hatte mal nix hier wollten wir noch mal gucken was hier oben so läuft warum blinken die alle werden nicht weniger naja ist zurzeit so ne hier ist aber auch so weit da 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 den körper stilllegen so ausmacher und den länger still so viel brauche wahrscheinlich gar nicht da ist nur wo einer nein da drüben war nix mehr nein ja die müssen leer geschaufelt werden gucken wir mal gerade hier so rein strom haben wir genug noch am laufen wir wollten dieses hier noch irgendwie anschließen aber das wird sehr schwer dass es klappt wasser ist gut mülltechnisch und deponieren sind auch ausgelastet müllverordnungsstatus ist gut schulbildung ist knapp aber läuft wir brauchen ja auch für die ungelernte arbeiter das hat man ja auch hier da müssen wir gucken dass es auch klappt mit ungelernten dass die auch da sind nach uns laufen die arbeiter auch weg zufriedenheit hier vorhanden hat immer ins fenster hier werden wir auf zwölf auf zehn auf fünf auf sieben macht immer sechs und immer auf acht da kommt schon zehn und elf ich glaube da gehen wir beide auf elf irgendwie müssen wir ja auch ins geld wieder kommen das hat ja anders keinen sinn aber bei denen 13 so und wie happy sind sie jetzt industrie ist eigentlich relativ glücklich die sind nicht so ganz so glücklich aber eigentlich mit 69 und 70 prozent ist das auch nicht verkehrt gesundheit ist super das sieht alles eigentlich super aus der friedlich auslastung 24 prozent können wir immer noch welche abbauen werden muss man noch gucken wo noch welche sind die man vielleicht auch entfernen könnte das wird alles geleert hier der ist leer dann macht immer erstmal aus eigentlich können wir den auch abreißen ja den brauchen wir nicht mehr hier ist gut da ist einer die frage was wir mit dem machen ja eigentlich weg wir haben hier dennoch da oben ist auch einer und da unten sind auch welche diese hier da muss auch noch einer von weg wenigstens da passiert noch nichts der ist okay eigentlich sieht das schon ganz gut aus von den beiden muss noch einer weg hier eigentlich auch war hier nicht ach hier unten war noch was genau das sieht aber alles genau weit gut aus nochmal hier oben hin hier muss noch einer ah der kann auch weg dann ist schon okay hier ist nichts hier ist auch einer zu viel der räumt aber einen auf ja der geht noch weg der bleibt der bleibt der bleibt der einer nur von alles gut hier oder krematorium sind reichlich verfügbar müsste man auch noch was überlegen dass man das weniger macht dieses hier vielleicht weg da ist eins da ist eins und da ist eins und da ist auch eins das bedeutet das weg wir haben sie alle gebaut und jetzt reißen wir sie wieder ab weil fehl gemacht das auch weg das weg das bleibt das bleibt das weg oder das ich glaube das lassen wir machen wir das weg dieses weg da haben wir eins, da haben wir eins, passt da ist das da, okay können wir so lassen, denke ich 1105, 50, 437 hier könnte man noch eins wieder hinsetzen irgendwann mal aber in diesem moment nicht wie sieht es hier aus? hier wächst nichts gut, Bagger aus ja, ist immer noch reichlich, ne? wir bleiben mal 47.000, fast 48.000 Menschen sind da okay das ist jetzt hier alles nicht mehr so interessant für uns, oder? schlechte Luft polizeistation feuersicherheit ist das jetzt wenn man da so guckt, ne? wo das überall ist das ist viel zu viel hier ist einer da ist einer ja diese große da ist eine große hier ist eine große da ist eine große dann kann die kleine mal weg zack ja ja hier ist eine kleine das sind alles kleine da ist eine große dann machen wir die weg und die weg und die nicht weg, sondern ich glaube wir nehmen dann die weg passt dann besser, oder? hier haben wir was da haben wir was dann kann die weg hier auf kleinster Stelle so viel das sind aber nicht zwei, ne? nein da, da dann das weg das ist okay dafür das weg hier ist ja, ich glaube diese weg und diese auch weg dann ist das hier schon ganz gut aufgeteilt die nochmal weg hier ist auch eine zu viel die sehe ich auch noch als zu viel an oh, das war das falsche Haus schade nochmal ein falsches so, da passt es diese weg die lassen wir mal da dann die noch weg das macht einen ganz guten Eindruck, oder? sieht einigermaßen aus jetzt hier ist eine zu viel ja, die beiden sind ziemlich nah beieinander ja, die weg so, hier nochmal die weg die lassen die weg die lassen die weg die die weg die lassen die weg die lassen die weg die weg die weg die lassen passt schon einigermaßen, ne? 48.000 wächst und gedeiht so, das ist schon Feuerwache gewesen ja, ist einigermaßen, ne? so, Robbery niedrig Befängnisverfügbarkeit ist hoch hier am Ende der Welt muss ganz gewiss nichts sein hier schon zu überlegen oh, wir nehmen wir weg wir lassen das lassen ich glaube dieses hier ist überbewertet passt, ne? das ist gut das ist gut das ist gut das ist gut die hier nehmen wir weg und da ist schon überlegenswert das auch wegzunehmen allerdings ist da eigentlich relativ wenig, ne? da wird gestohlen ja, ich glaube das ist halt so gut durchsortiert ja, da sind wir mit Verkehrsmitteln unterwegs würde ich jetzt gar nichts erstmal gucken das auch weglassen Bevölkerung ist okay wenig Kinder Jugendliche 18 junge Erwachsene Erwachsene 37, okay kommen wir mit klar, denke ich sind die Wirtschaftszahlen alles hier Stadtviertel, okay Freizeit viel zu viele Parks, wie man hier sieht, ne? zum Beispiel hier, das geht ja gar nicht und das ist der da weg shit, der ist jetzt der ach, jetzt rücken den auch weg ich würde den sogar noch wegnehmen den weg das lassen wir so den ah dann werden wir auch mal den weg hier ist auch einer zu viel den lassen wir mal hier liegen zwei direkt nebeneinander hier auch der auf jeden Fall weg den weg den weg den weg hier zwei direkt nebeneinander ja so sieht's schon besser aus hier auch einer weg hier auch einer weg von den drei muss auch noch einer dran glauben wenn nicht sogar zwei ich glaube den nehmen wir auch noch weg wo ist hier los wo ist hier los den auf jeden Fall weg den auch weg den weg den weg den weg den weg den weg und hier kann auch noch einer von weg nehmen wir den kleineren hier ist auch einer zu viel der der den da auch noch hier sind drei da habe ich mir gedacht da müsste eher einer hin haben aber kein geld für gut parks freizeit toll und wenn sie nicht heizungsverfügbarkeit okay reichlich alles soweit gut ne abwasser ist ein bisschen knapp werdend abwasser müssen wir da nochmal dran arbeiten ne ne dann machen wir den bagger aus jetzt Wasseraufbereitungsanlage starten wir wieder und dann hier rein und dann ist auch gut sind wir wieder besser geworden ne ja abschalten ja schön und gut aber im endeffekt nix abschalten abreißen warum geht das nicht gute frage weg ja so ist am besten ne so wie schaut es denn so aus hier kommt nix hin und da kommt auch nix hin hier ist noch was ne oder ja aber da springt das sowieso glaub nicht rüber oder doch Strom brauchen wir ach so ist schon rüber okay hm ja wir müssen hier irgendwo die Brücke schlagen das ist das Problem und das funktioniert derzeit hier nicht und das ist an ne also das ist ich glaub ich werbe es um mal was hier so passiert wenn ich da drei von denen hin mache ich kann auch mal sechse gucken ob sich da was tut genauso wie hier ja auch verlangt ist gut oh wir haben rote Zahlen hier das ist nicht gut 48.460 da müssen wir aufpassen dass wir nicht absacken warum sind die alle unglücklich das ist die Frage welchen die Veränderungen allgemeine Zufriedenheit ist schlecht ist auch grad Winter oh wir haben ja auch einen Orangenbalken einmal ja hohen Fläche fehlt ah jetzt kommt die Zahl auch wieder hoch mit 31 jetzt geht es ein bisschen besser so es war ja auch mal irgendwann die Frage wegen dem Stadion ne gucken wir doch mal rein wie die Zahlen da sind Ausgaben 0% äh 0€ oder was das auch immer für ein Zeichen ist ja 25.02. ist das gewonnen worden weil das nächste Spiel ist am 27.01.2062 ok das dauert noch ewig ja irgendwie sieht es aber so aus als ob das kein Minus gemacht ne oder oh da kann man richtig Geld noch reinbuttern dann ok kann man sich da was angucken das sind die Tickets Einnahmen ne ja ja wird wohl gut sein oder kostet allerdings 4 die Woche das dann da das wäre ja 4 Wochen sozusagen und das in einem Jahr rechnet sich eigentlich gar nicht oder wie sehe ich das hm kann man ausschalten auch ne ja zwar finden die zwar alle doof aber ich bin der Meinung 4.000 können wir hier sparen oder 140 sind jetzt hier miese ja wo sind jetzt die Häuser die ich hier waren die ne tut sich aber nix obwohl hier grüner Balken ist ne ja es müsste auch vielleicht mehr werden dass das gefordert ist ne jo schicke Brücke ja hier rum müssen wir so rum dann ist wieder unser standard Blickfeld naja ja 48 Tonnen 200 Leute aber rote Zahlen die sind nicht zufrieden woran hapert's Strom ist da Wasser ist da Müll ist ok die ganze ist achso wir können ja auch hier umblättern ne Universitäten wow zu viel viel zu viel wahrscheinlich äh da oben ist einer da ist einer ich würde die rausnehmen 1.440 kostet die okay ja weg damit wir haben berechtigt 3500 und Kapazität 12800 also äh sieht gerade so aus als ob man die gar nicht braucht ne wir haben viel zu viele da oben ist nix wird wahrscheinlich einer reichen hier die am Stadtrand die machen auch weg die drei lassen wir jetzt erstmal ja das macht dann auch Sinn allerdings ist hier grad 62.000 wir waren schon mal irgendwie bei 54 ne Zahl schrumpft hier natürlich auch ne wir müssen anders aufräumen vielleicht oder und schule verfügbarkeit wenn ich jetzt hier irgendwie falsch oder sowas da waren nur drei Reiter drüber oder hm komisch irgendwas verpasst jetzt hallo hallo naja 90 53 58 steuerung war wohl nicht so doll 59.000 hier sind es 400 mieser das ist nicht gut irgendwas passt hier nicht kannst du mir erzählen was du willst ich konnte hier doch vorhin noch umschalten zwischen Grundschule und achso vielleicht damit zusammenhängt okay alles klar okay das geht mal gerade so und da sind wir voll überlastet naja ja bestattung haben wir aber reingeguckt naja genau genau ja hier war ja kein Reiter drüber ne aber hier bei der schule kennen wir schon das war direkt ja eigentlich passt alles soweit eigentlich müssen die alle zufrieden sein ne so Budget ja eben haben wir den Fehler gemacht wir haben den Ding jetzt aktiviert dann haben wir hier den Wasser erstmal auf 100% bringen sollen vielleicht machen wir das mal und hatten hier irgendwo eins deaktiviert warte mal gehen wir nochmal ins Wasser rein ist nämlich jetzt voll jetzt machen wir das aus ja dann fällt es ein bisschen runter dann mach das mal weg und wenn wir das auch noch ausmachen sieht das immer noch gut aus ne ja Frischwasser brauchen wir auch nicht machen wir auch aus ich glaube da können wir auch zwei ausmachen jetzt sind wir gerade mal bei 46 jetzt geht die Zahl wieder rapide runter ne so das passt aber jetzt sind wir hier auch bei 53 ne mh verlieren aber verdammt viel Leute da ist jemand nicht so glücklich ok hier wachsen gerade welche aber da fehlt es Wasser aber ich kann leider keine Leitung bauen aber wie war das noch mit verlassenen Häusern funktioniert ne mit Strom darüber müssen wir gucken dass das noch da angebunden wird wie lange das dauert weiß keiner ne geht nicht ist klar gut dann ist das halt so ja so weit sieht es eigentlich gut aus jetzt ne was machen wir unsere oh da sind zwei frei ne das machen wir so die weg haben wir genug Mülldeponien erstmal ja sonst ist es ok hier ist der Strompack den wir nicht nutzen oh da wird ein Haus gebaut oder wird abgebaut das ist die Frage so da wird gebaut Industriebetrieb das ist im Bau ok Flächen ja haben wir die Industrie baut da auf jeden Fall das ist schon mal gut aber hier wird das nicht rüber können irgendwie ne das wird zu knapp sein ja das könnte sein dass das da nicht klappt aber dafür wird es hier klappen die werden zwar gleich verlassen sein weil Wassermangel da ist aber vielleicht kommt dann da mehr das wäre wichtig gut so aber dann haben wir auch schon wieder eine verdammt lange Zeit hier verbracht sind zwar jetzt gerade mit schlechten Zahlen unterwegs wir verlieren verdammt rapide wieder an Leute boah jetzt 2-2 hier dann müssen wir mal gucken wie wir sie wieder auffangen in der nächsten Folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann einen ihr Vielen Dank.